Untertitelung des ZDF, 2020 Wir hätten schon gerne die Slides. Wir bräuchten schon Slides. Also das war nur ein Test, ob ihr alle wach seid. Wir fangen nochmal an. Ja, war ein Special-Effekt, oder? Ja. Okay. Grundrechte gelten nicht im Weltall. Eine Lesung zum NSA-Untersuchungsausschuss, bestehend aus realen Dialogen aus den Ausschusssitzungen. Untersuchungsauftrag Es wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der Untersuchungsausschuss soll aus acht Mitgliedern und entsprechend vielen Stellvertretern bestehen. Der Untersuchungsausschuss soll angestoßen, insbesondere durch Presseberichterstattung, infolge der Enthüllung von Edward Snowden über Internet- und Telekommunikationsüberwachung, für den Zeitraum seit Jahresbeginn 2001 klären, ob und in welcher Weise und in welchem Umfang durch Nachrichtendienste der Staaten der sogenannten Five Eyes eine Erfassung von Daten über Kommunikationsvorgänge von, nach und in Deutschland auf Vorrat oder eine Nutzung solcher durch öffentliche Unternehmen der genannten Staaten oder private Dritte erfasster Daten erfolgte bzw. erfolgt und inwieweit Stellen des Bundes, insbesondere die Bundesregierung, Nachrichtendienste oder das Bundesamt für Sicherheiten der Informationstechnik von derartigen Praktiken Kenntnis hatten, daran beteiligt waren, diesen entgegenwirkten oder gegebenenfalls Nutzen daraus zogen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne damit die Sitzung des ersten Untersuchungsausschusses der 18. Wahlperiode. Nach Artikel 44 Absatz 1 des Grundgesetzes erhebt der Untersuchungsausschuss seine Beweise in öffentlicher Verhandlung. Ich stelle fest, die Öffentlichkeit ist hergestellt. Die Öffentlichkeit und die Pressevertreter darf ich hier an dieser Stelle besonders begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind und an diesem wichtigen Thema Anteil nehmen und uns unterstützen. Süddeutsche Zeitung, 27. November 2014. Wer sicher sein will, vom Bundesnachrichtendienst in Ruhe gelassen zu werden, sollte eines nicht tun. Ins Ausland gehen und dort für ein ausländisches Unternehmen oder eine Organisation arbeiten. Dann nämlich ist er ein Funktionsträger im Sinne des BND und zum Abschuss freigegeben. So wie jeder andere Ausländer im Ausland. Wenn eine ausländische juristische Person kommuniziert, ist es für den BND unerheblich, welche natürliche Person das macht. Dem BND ist dann egal, ob ein Deutscher, ein Belgier oder ein Afghane ein Fax schickt oder ein Telefonat im Namen der Organisation führt. G10-Schutz genießt der Deutsche dann nur noch, wenn er von seinem Büro aus privat kommuniziert. Ein juristisches Konstrukt, das sich der BND zurecht gebastelt hat, um ohne störende G10-Prüfung ausländische Organisationen bespitzeln zu können. Sagen Sie, Herr W.O., Sie waren seit 2005 beim BND in Bad Aibling für die regelmäßige Selektorenprüfung zuständig. Wenn Sie die E-Mail-Adresse günther.öttinger.ec.eu als Selektor haben, wie gehen Sie denn damit um? Also, Herr W.O., wie gehen Sie damit um? Herr W.O., wir können Sie nicht hören. Wann? Also, vor dem Auftrag zur großen Selektorenprüfung 2013, also davor. Vor dem Auftrag wäre Sie in unserem System eingestellt gewesen. Sie haben sich selbst als Wortbankpapst bezeichnet, Herr KM. Dabei waren Sie auch mit der Filterung unzulässiger Selektoren befasst. War Günther Oettinger bis 2013 auf der Selektorenliste, die eigentlich nicht zu Treffern hätte führen dürfen? Ja, wir können gar nicht wissen, ob er drauf ist. Wenn wir eine Adresse nicht kennen, dann können wir sie auch nicht erkennen. Hm. Wenn es nur um eine Mailadresse geht, ja. Aber Oettinger an sich ist ja auch schon ein Begriff. Oettinger ist ein Bier und dementsprechend eine deutsche Firma. Oettinger haben wir nicht als Suchbegriff. Herr M., woher wissen Sie, dass Oettinger nicht auf den Selektorenlisten steht? Wie können Sie dies ausschließen? Hier werden keine konkreten Namen genannt. Das kann man nicht ausschließen. Würde man nicht merken, dass die NSA unbedingt schlechtes Bier trinken will? Ja, genau. Herr Heiß, das Beispiel Oettinger erfreut uns ja immer wieder. Aber bleiben wir mal abstrakt. Ein Deutscher arbeitet für eine ausländische Firma im Ausland. Es gibt die Unterscheidung, wenn er dienstlich, also nicht geschützt, oder privat, also geschützt, kommuniziert. Richtig? Ja, das ist die Funktionsträger-Theorie. Die wird gerade inhaltlich bei uns geprüft. Ja, und was ist, Herr Heiß, was ist, wenn ein Deutscher für eine EU-Institution arbeitet? Wie sehen Sie das denn als Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt? Das kann man diskutieren, aber wir haben das noch nicht entschieden. Herr Kahl, Sie haben gesagt, die USA seien kein Aufklärungsziel. Ist es trotzdem möglich, das Elektron in Richtung USA zu steuern? Oder wäre dies aus Sicht des Kanzleramtes problematisch gewesen? Zu konkreten Telekommunikationsmerkmalen kann ich keine Auskunft geben. Ich habe gar nicht konkret gefragt. Ich habe grundsätzlich gefragt. Wenn ein Telekommunikationsmerkmal Terrorismus zuzuordnen wäre... Moment, Herr Kahl. Also, Sie sehen das so, wie es der Kollege Schipanski von der Union gesagt hat. Wenn ein Franzose Dschihadist ist, dann steht das Dschihadist hier im Vordergrund. Ja, schon. Also, Herr Schipanski hat recht. Ja. Schau mal an, Tantrek. Da findet jemand, dass du recht hast. Herr Kahl, ist das bei Deutschen auch so? Ist da jemand Funktionsträger-Dschihadist? Da muss man unterscheiden, ob er im Ausland ist und ob das G10-Gesetz gilt. Sehr geehrter Herr Graulich, vor Ihrer Anhörung bei unserem Ausschuss haben Sie die Gelegenheit, in einem Eingangsstatement im Zusammenhang zum Sachverhalt vorzutragen. Natürlich nur, wenn Sie das wünschen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Von dieser Möglichkeit möchte ich Gebrauch machen. Ich habe einen Bericht erstellt. Ich hatte in den letzten Monaten 40.000 vom BND abgelehnte NSA-Selektoren einzusehen und zu analysieren. Die Arbeitsumstände habe ich in dem Bericht bereits beschrieben. Ich habe in BND-Räumen gearbeitet, weil es mit streng geheimem Material zu tun hatte. Deshalb habe ich auch Unterstützung vom BND bekommen. Wie ist denn nun die Anzahl der Selektoren zustande gekommen, die ich untersucht hatte? Sämtliche Selektoren wurden durch das DAFIS, Datenfiltersystem, gefiltert. Insgesamt 40.000 Selektoren wurden abgelehnt. Das DAFIS-System kann ich aus Geheimschutzgründen nur grob erklären. Es gibt drei Stufen. Auf der ersten Stufe werden deutsche Vorwahlen und deutsche Top-Level-Domains erkannt. Die zweite Stufe ist die sogenannte G10-Positivliste, die erfahrungswissenschaftlich entstanden ist. Alle Prüffälle, bei denen der BND erfahren hat, dass dahinter deutsche Rechtsträger stehen, sind in dieser Stufe. Die dritte Stufe filtert Selektoren, die deutsche Interessen verletzen würden. Sie ist am schwierigsten und historisch gewachsen. Sie wurde immer dann ergänzt, wenn Mitarbeiter des BND Fälle gesehen haben, in denen die nicht zu Stufe 1 oder 2 gepasst haben. Herr Graulich, sind Abgeordnete im EU-Parlament abgehört worden? Herr Graulich, ist ein deutscher EU-Abgeordneter rechtlich davon geschützt, abgehört zu werden? Das ist eine gute Frage. Danke. Natürlich gelten europäische Grundrechte, aber das habe ich nicht geprüft. Ich würde sagen, vom Grundgesetz wahrscheinlich nicht. Herr Graulich, wenn Ziele wie etwa EU-Institutionen, Regierungen anderer EU-Staaten oder Ähnliches mit Hilfe der NSA und des BNDs politische Ausspionage betrieben haben, wie würden Sie das formulieren? Ich finde Ihre Formulierung so nicht korrekt. Das mit dem Begriff Hilfe zu bezeichnen, da würde ich nicht mitgehen. Das interessiert mich recht wenig. Ich frage nochmal, hat die NSA mit Hilfe des BND politische Spionage betrieben? Völkerrechtlich ist Spionage zulässig. Ich sehe da keinen Verstoß. Herr Graulich, Sie sagen also, Spionage ist in jeder Form erlaubt? Ja. Aber nicht alles, was erlaubt ist, ist verboten? Sehen Sie das Grundrecht auf Kommunikationsgeheimnis durch die NSA-Selektoren verletzt? Bei denen, die ich gesehen habe, nein, in Deutschland nicht. Herr Graulich, Teile dessen, was Sie in Ihrem Gutachten finden, steht genauso beim BND. Finden Sie es nicht problematisch, das nicht gekennzeichnet zu haben? Vor allem die Sätze, die Sie komplett vom BND übernommen haben. Meinen Sie, man hätte das kennensich machen müssen? Sie machen mir Unterstellungen. Sie stellen mir keine Fragen. Herr Graulich, finden Sie das in Ordnung, dass abschnittsweise ein Gutachten des BND in Ihrem Bericht auftaucht? Diese Ausführungen entsprechen meiner Rechtsaufsicht. Der erste Untersuchungsausschuss hat in seiner Sitzung am 8. Mai 2013 beschlossen. Beweisbeschluss Z1. Es wird Beweis erhoben zum Untersuchungsauftrag, Bundestagsdrucksache 18843, durch Vernehmung von Edward J. Snowden als Zeugen. Ja, was war eigentlich mit Snowden? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wann überhaupt das keine Aufwand aufraut hat. Ja, wann kommt er denn jetzt eigentlich? Der Spiegel, 14. Dezember 2014. Der Bundesnachrichtendienst hat mit einem weiteren großen US-amerikanischen Geheimdienst kooperiert, um Daten in Deutschland abzugreifen. Im Jahr 2005 wandte sich der BND an die deutsche Tochter des US-Netzbetreibers MCI und forderte Zugang zu Kommunikationsverbindungen des Unternehmens in Düsseldorf. Die weltweit agierende Firma hielt zunächst Rücksprache mit der amerikanischen Muttergesellschaft. Schließlich einigte man sich auf eine Zusammenarbeit unter Einbindung des US-Geheimdienstes CIA. Die Daten wurden von einem Netzbetreiber in die BND-Außenstelle Rheinhausen geleitet und dort aufbereitet. Damals trug die Dienststelle noch den Decknamen Ionosphäreninstitut. Über den Namen der Operation gab es Verwirrung. Sie lautete nicht Globe, wie zuerst angenommen, sondern Glotaik. Wobei die letzten drei Buchstaben für die CIA stehen. Herr Pofalla, kennen Sie Glotaik? Was? Herr Pofalla, ich hatte Sie gefragt, ob Sie Glotaik kennen. Ich buchstabiere. G-L-O-T-A-I-C. Nein. Guten Tag, Herr F. Sie sind Leiter der BND-Außenstelle Rheinhausen. In einer früheren Spiegel-Ausgabe findet sich ein Bericht über die Operation Glotaik, die in Rheinhausen durchgeführt worden sein soll. Entspricht der Bericht den Tatsachen? Das kann nur in eingestufter Sitzung besprochen werden. So, ich formuliere mal anders. Kennen Sie den Spiegelbericht über Glotaik? Ich habe ihn gelesen. Aber Sie bestätigen nichts? Richtig. Herr F., warum sprechen Sie nicht darüber? Ich habe meine Aussagegenehmigung nicht selbst erteilt. Wir legen ja sehr großen Wert auf die Aussagegenehmigung. Das Staatswohlargument ist kräftig. Bei Iconal gab es aber eine aussagefreundliche Haltung. Ist das jetzt ein Strategiewechsel der Bundesregierung? Wir dürfen im Ausschuss ja nicht einmal den vollen Namen der Operation nennen. Sagt Ihnen Glow etwas? Ja. Aus dem Untersuchungszeitraum oder aus der Zeitung? Aus dem Untersuchungszeitraum. Aha. Ja, Herr F., wann haben Sie denn davon erfahren? Irgendwann zwischen 2004 und 2006. Und wie haben Sie davon erfahren? Das war ein Auftrag aus der Zentrale. Worum ging es da? Dazu kann ich nur nicht öffentlich etwas sagen. Und nochmal zu dem Auftrag aus der Zentrale. Waren Sie als Dienststellenleiter allein für die Umsetzung verantwortlich? Oder wurden mehrere BND-Mitarbeiter angesprochen? Nur nicht öffentlich. Ging es um Telefon, Fax oder leitungsvermittellte Kommunikation? Nicht öffentlich. Nicht öffentlich. Wurde auch nicht leitungsvermittellter Verkehr in Ihrer Dienststelle bearbeitet? Nein. Also ging es, wenn ich das mir jetzt rein denklogisch herleite, nur um leitungsvermittellte Verkehre? Das ist Ihre Schlussfolgerung. Ich kann in nicht öffentlicher Sitzung gerne mehr dazu sagen. Herr F., war Glotaik eine abgeschirmte Operation? Ja. Was bedeutet das? Das kann ich nicht sagen. Aber abgeschirmte Operation ist doch ein feststehender Begriff. Ja, das hat Haushaltsgründe. Herr F., gehört auch dazu, dass Sie nicht sagen können, wer Kenntnis von der Operation hatte? Wer darf davon nichts wissen? Jeder, der nicht damit zu tun hat. Süddeutsche Zeitung, 21. September 2015 Die Rakete der US-Armee tötete Mahalat Abdullahi beim Kamelhüten. Der Somalier, der in Wahrheit anders heißt, war etwa 50 Jahre alt, als er am 24. Februar 2012 rund 60 Kilometer südlich von Mogadischu starb. Sein Körper wurde in zwei Teile gerissen, aber das Gesicht des Hürten war noch erkennbar. Sechs seiner Kamele wurden ebenfalls getötet. Abdullahi wurde Opfer eines US-Drohnenangriffs, der ohne die amerikanischen Stützpunkte in Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Über Rammstein werden die Daten der Drohnen übertragen. Zudem befindet sich dort eine Art Flugleitzentrale sowie ein Analysezentrum für Drohnenangriffe. Die amerikanischen Drohnen und die deutsche Regierung, die angeblich von nichts weiß, das ist eine lange Geschichte. Stereotyp und routiniert hat die Bundesregierung immer wieder behauptet, ihr legen keine eigenen gesicherten Erkenntnisse zu von US-Streitkräften in der Bundesregierung angeblich geplanten oder geführten Einsätzen vor. Sie habe keine Anhaltspunkte für nichts. Wie der kleine Junge, der beim Versteckspielen darauf beharrt, den dicken Freund hinter dem dünnen Baum nicht zu sehen. Ein Witz. Mein Name ist Brendan Bryant. Ich bin 29 Jahre alt und ehemaliger Drohnenpilot der US Air Force. Menschen wurden getötet und ich war Teil dieser Maschine. Viele Unschuldige haben dafür einen Preis bezahlt. Wir alle sind dafür verantwortlich, in Zukunft Ähnliches zu verhindern. Rammstein hat das Töten ermöglicht. Es war ein Signalrelais-Stützpunkt für den gesamten Nahen Osten. Ja, Herr Bryant, für welche Signale, welche Daten wurden über Rammstein übertragen? Alle Daten. Jedes einzelne bisschen an Dateninformationen, das zwischen Flugzeug und Mannschaft übertragen wurde. Alles lief über Rammstein. Man musste sogar einen neuen Satelliten hochschicken, weil Signale aus dem Jemen zuerst nicht abgedeckt wurden. Also, Herr Bryant, die Drohneneinsätze liefen nicht über andere Länder als Deutschland? Genau. Nochmal zur Sicherheit. Hätte ein Drohneneinsatz über kein anderes Land als Deutschland laufen können, wegen der technischen Fähigkeiten, die in Deutschland vorhanden sind? Ja, die technischen Fähigkeiten sind der wahre Grund. Und dann liegt es auch am Ort. Es gibt einen einfachen Zugang. Egal, was man haben möchte, man kann die Informationen von Rammstein aus am einfachsten verbreiten. Herr Schulz, inwieweit ist es nach Kenntnis des Auswärtigen Amtes von Rammstein aus zur Steuerung von Drohnen gekommen? Die Kommandierenden Generälen Rammstein haben uns versichert, dass von Rammstein aus keine Drohnen gesteuert werden. Wir hatten in der vorigen Sitzung aber den Zeugen Brandon Bryant hier. Er hat das bestätigt, was Sie sagen. Aber er hat auch gesagt, dass Rammstein eine zentrale Rolle als Relaisstation für die Datenübertragung spielt. Ich kenne die Medienberichte, auch die Berichte von Bryant. Wir haben die Amerikaner danach gefragt, aber sie haben sich nicht geäußert. Ja, wie? Wollte man nicht oder konnte man nicht? Wir haben aktiv nach Presseberichten gefragt. Die haben nur gesagt, wir können nicht über operative Details sprechen. Sie kennen sicher den Satz, we kill people based on metadata. Bei 500 Millionen Metadaten, die vom BND pro Monat an die USA vermittelt werden, können Sie als Leiter von Bad Aibling ausschließen, dass diese für Drohneneinsätze eingesetzt werden, Herr R.U. Mobilfunkzähldaten sind bei weitem zu ungenau, um so konkrete Drohnenangriffe fliegen zu können. Herr Bryant, ich frage mich, ob eine Drohne durch Metadaten auf ein Ziel geleitet werden kann. Ja. Wo in diesem Prozess spielt das Handy eine Rolle? Aus Metadaten lässt sich die Geolokation ermitteln. Metadaten helfen bei der Zielerfassung. Mein zweiter Abschluss erfolgte über Metadaten. Die vorige Schicht 8 hatte ein Gebäude beobachtet. Bei meiner Schicht hatten wir Signale aus einem Telefon-Tracking. Dann haben wir beschlossen, zu schießen. Wenn Deutschland Daten weitergibt, dann kann man damit auch Menschen exekutieren. Herr Bryant, sind Ihnen solche Fälle bekannt? Ja, es gibt einen Fall, von dem ich weiß. Deutschland hat Infos an die USA gegeben, die zum Tod geführt haben. Menschen wurden durch einen Drohnen-Schlag getötet. Herr Bryant, wurden für diesen konkreten Drohnenanschlag auch Metadaten genutzt? Metadaten waren das, was vorher von Deutschland weitergegeben wurde. Die Zeit, 19. März 2014. Die Bundesregierung wird am 30. Juni 2014 die umstrittene Hauptstelle für Befragungswesen des BND auflösen. Die Hauptstelle für Befragungswesen hatte über einen Zeitraum von 56 Jahren in der Bundesrepublik geheimdienstlich gearbeitet. Der NDR und die Süddeutsche Zeitung hatten im November 2013 berichtet, wie BND-Agenten systematisch Flüchtlinge aus Krisenregionen in Asylbewerberheimen befragen. Die Erkenntnisse über Kasernen oder Terrormilizen teilten die Deutschen auch mit den USA, die sie unter anderem für den Einsatz von Kampfdrohnen und für Flugzeugangriffe in Afghanistan oder Somalia nutzten. Die Hauptstelle für Befragungswesen hatte bei der Informationssammlung eine zentrale Rolle gespielt, indem sie Vorgespräche mit den Flüchtlingen führte und einen Teil von ihnen auch intensiv befragte. Frau K. Sie waren langjährige Leiterin der Hauptstelle für Befragungswesen. Was war das Ziel der Befragung von Asylbewerbern? Wir haben Informationsgewinnung zu zentralen Fragen aus Politik und Wirtschaft sowie zur Versorgungslage betrieben. Sie hatten neben deutschen Befragern auch andere. Wo kamen die her? Ausländischer Nachrichtendienst. Aus den USA? Ja. Haben die amerikanischen Befrager auch alleine Befragungen durchgeführt oder waren immer Mitarbeiter des BND dabei? Grundsätzlich war die Regel, dass im Team mit dem BND befragt werden soll. Aus personeller Hinsicht war das nicht hundertprozentig durchzuhalten. Ich will Ihnen ein Dokument vorlegen. Matt A, BND 2-3-10, Ordner 375, Blatt 350, fortfolgende. Leider wirkt sich die Vorschrift Gemichter Teams negativ aus. Der Mangel an Deutschlands Befragerkapazität führt zu Untätigkeit. Frau K. stimmte dem Vorschlag zu, dass auch die Anwesenheit eines deutschen Praktikanten oder Bürosachbearbeiters die Vorgaben der gemischten Teams erfüllt. Warum haben Sie dem zugestimmt? Wir hatten eine Personalverknappung und haben versucht, einen Ausweg zu finden. Da haben wir langjährige Mitarbeiter, die nicht Befrager waren, mitgeschickt oder auch mal einen gestandenen Praktikanten. Frau K., wenn die Befragungen der Asylbewerber durchgeführt wurden, welchen Zweck der Befragung hatte man gegenüber dem Befragten geäußert? Das weiß ich nicht. Ich habe nie selber an einer Befragung teilgenommen. Frau K., ich finde es erstaunlich, dass Sie nie an einer Befragung teilgenommen haben. Ja. Haben Sie nicht einmal zugehört oder zugeschaut? Nein. Nie? Nein. Was haben Sie den ganzen Tag gemacht? Ich habe gesteuert. Außerdem habe ich die Akten zu den Befragungen gelesen. Also Frau K., was wäre denn eine relevante Information von besonderem Wert bei so einer Befragung? Vielleicht die Handynummer von einem bekannten Terroristen? Nein. Information zur Brotversorgungslage. Brotversorgungslage. Nach Netzwerken, Terrorzellen und Kontakten wird nicht prinzipiell gesucht? Nein. Es braucht eine nachrichtendienstliche Kooperation, um Brotpreise rauszukriegen. Also Frau K., das ist doch mindestens genauso spannend, wer im Bereich der Führung oder in den Milizen ist und wie die kommunizieren. Können Sie mir da folgen? Würde man da nicht Handynummern zum Beispiel von der Befragung ausschließen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dann wiederhole ich die Frage nochmal. Würden Sie bei einer Befragung ernsthaft sagen, wir wollen die Handynummer dieses Terroristen nicht? Wir wollen wissen, wie viel das Brot kostet? Wenn das so wäre, würde mich das erschrecken. Ich hoffe, Sie werden dafür bezahlt, nach Terroristen zu suchen. Wenn nicht, dann fühle ich mich jetzt nicht mehr sicher in diesem Land. Ich habe hier Unterlagen, in denen etwas ganz anderes zu den Handynummern drin steht. Ich lege Ihnen mal ein Dokument vor, Frau K. Sie sehen ja, ich würde im Zweifel den Brotfang als Beifang nehmen. Aber auf die Telefonnummer würde ich draufspringen. Das ist doch ein trivialer Zusammenhang. Nein, die Brotversorgungslage kann auch zu einem Aufstand führen. Meinen Sie im Ernst, das war der große Mehrwert für die Amerikaner bei gemeinsamen Befragungen? Fehlt da nicht vielleicht was, Frau K.? Darin bestand die gemeinsame Zusammenarbeit. Also aus nichts? Sie sagen doch aus nichts? Es gab die Beteiligung am Informationsaufkommen in Deutschland. Das hätten Sie woanders nicht bekommen. Ja, was für Informationen denn? Zur Politik. Also was der Staatschef von Syrien ist oder wie? Nein, zur politischen Stimmungslage. Zur politischen Stimmungslage kriegen die das nicht selber raus? Man kann sich ja auch nochmal Bestätigung holen. Also wissen Sie, Frau K., ich bin baff. Was Sie da sagen, ist jenseits der Wahrheit. Vielleicht wollen Sie ja auch einfach Ihre Behörde schützen. Frau K., wie wurde bei den Befragungen die Ergebnisse dokumentiert? Mit Tonband, Stift und Zettel? Stift und Zettel waren unser Regelarbeitsgerät. Bei den Amerikanern auch oder hatten diese Computer? Die hatten auch Computer. Frau K., die Deutschen auch? Ja, ich erkläre mal zur Illustration. Als Hilfsmittel wurden auch Computer herangezogen. So nach dem Motto Google Earth. Es wurde gefragt, ist die und die Region zutreffend? Ist das der Standort von einem Krankenhaus? Herr Bryant, der amerikanische Militärgeheimdienst Defense Intelligence Agency hat in Deutschland zum Teil ohne Anwesenheit und Kontrolle des BND von Befragungen von Asylbewerbern durchgeführt und dabei Kartenmaterial genutzt. Haben Sie einmal solches Kartenmaterial oder Satellitenbilder gesehen? Spielte dies bei Ihren Drohnen-Einsätzen eine Rolle? Wir haben Google Earth und Satellitenbilder verwendet, um Einsatzgebiete zu sehen. Aus welcher Quelle die stammen, weiß ich nicht. Herr Bryant, haben Sie auch mal Material bekommen, wo Einzeichnungen waren? Ja. Frau K., ich lege Ihnen ein Dokument vor. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage, dass keine Telefonnummern an die USA weitergegeben wurde. Darauf möchte ich nur in nicht öffentlicher Sitzung antworten. Nein, Frau K., das werden Sie nicht. Also bleiben Sie bei Ihrer Aussage. Frau K., Sie müssen natürlich nicht sagen. Was mache ich denn? Ich lache mich tot. Nach meinem Kenntnisstand ist nichts weitergegeben worden, aber... Wurden Telefonnummern erhoben, Frau K., ich weise Sie auf Grundlage des Dokumentes auf Ihre Wahrheitspflicht hin. Im Rahmen des Auftrags sind auch möglicherweise Nummern erhoben worden. Wenn Sie das wissen, Frau K., dann müssen Sie das sagen. Das ist sonst eine Falschaussage. Sie kann doch nur sagen, an was Sie sich erinnert. Frau K., Sie erinnern Sie nicht daran, dass Telefonnummern erhoben wurden. Nein. Frau K., Sie haben vorhin einen Satz angefangen und diesen nicht beendet. Und der Satz war nicht, dass keine Telefonnummern erhoben wurden. Sie hat das doch nur gesagt, weil Sie sie ganz streng dazu aufgefordert waren. Ich als Ihr Rechtsbeistand moniere das. Ich möchte wissen, ob Telefonnummern erhoben wurden. Ich erinnere mich nicht. Frau K., das klingt für mich wie eine Schutzbehauptung. Es gibt einen Zeitungsartikel, der sagt, dass Daten durch Ihr Tarnmittel geeignet waren, um Menschen zu exekutieren. Und danach sagt Ihr Amt, wir müssen Daten verkürzen. Wir können die EU-Koordinaten nicht einfach mehr so weitergeben. Es geht hier um einen Drohnen-Einsatz, nicht darum, Asylbewerber schlecht geworden ist. Die Frage ist, haben Sie Telefonnummern erhoben? Ich weiß es nicht. Haben die Amerikaner Telefonnummern erhoben? Kann ich nicht sagen. Waren Telefonnummern irgendwann einmal Diskussionsgegenstand? Es war nicht unser Auftrag, nach Telefonnummern zu fragen. Frau K., ab einem bestimmten Zeitpunkt hat der BND Geokoordinaten nur noch verfälscht weitergegeben. Ab wann war das? Die Daten waren nicht verfälscht. Ist mir egal, wie Sie das nennen. Aber ab wann war das? Was? Das erreicht mir schon. Ich weiß es nicht. Wir sind schon mit wenig zufrieden. War das am Anfang oder am Ende Ihrer Dienstzeit? Frau K., gab es einen bestimmten Moment, ab dem die Datenweitergabe Praxis geändert wurde? War das am Anfang oder am Ende Ihrer Dienstzeit? Ich weiß es nicht. Also haben Sie einfach so falsche Daten weitergegeben? Es gab keine falschen Daten. Frau K., haben die Amerikaner sich mal beschwert? Soweit ich weiß, nein. Wir hätten die auch darauf kommen sollen. Beispielsweise, weil Sie Ihre Ziele nicht treffen. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass Sie nicht wissen, warum und wann Geokoordinaten manipuliert wurden. Frau K., wir haben auch Vorhalte aus geheimen Akten. Wir wissen relativ genau, was der Anlass war. Frau K., wer ist gestorben? Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht. Wir haben Sie zu Afghanistan, Syrien, Irak und Somalia befragt. Welcher Anlass hat dazu geführt, dass Geodaten nicht mehr zur Zielerfassung gegeben wurden? Was war der Anlass, Frau K.? Ich erinnere mich nicht. Wir glauben Ihnen nicht. Frau K., haben Sie auf Grundlage von § 3 BND-Gesetz Flüchtlinge befragt? Ich kann mich nicht erinnern. Also Frau K., was ist denn jetzt die Gesetzesgrundlage für Ihre Tätigkeit? Das BND-Gesetz. Frau K., das ist eine unzureichende Antwort. Sie müssen selber wissen, wenn Sie keine Juristin wären, Sie haben doch jahrelang die Behörde geleitet. Ich habe das Tarnmittel geleitet. Frau K., für so ein solch abenteuerliches Konstrukt müssen Sie mir schon eine Norm nennen. Dann müssen Sie mich eben mit einem Gesetz ausstatten. Es kann einen Moment dauern. Das Verfassungsschutzgesetz spielt da ja auch mit rein. Da muss ich querlesen. Richtig. Es kann dauern, Frau K., aber ich würde sagen, es gibt keine Gesetzesgrundlage. Das zu finden, ist Ihrem ganzen Haus offenbar nicht gelungen. Es gab am 6. November 2012 eine E-Mail an Sie, in der es um eine interne Abstimmung zu einer parlamentarischen Anfrage geht. Fürs Protokoll, die Dokumentennummer ist Mata BND 2-1E, Ordner 347, Blatt 111 und Blatt 112. Bei der Beantwortung der Frage tue ich mir schwer, eine Rechtsgrundlage zu finden bzw. zu kreieren. Ich kann nicht auf § 4 oder 4a des Bundesdatenschutzgesetzes zurückgreifen und sonstige Übermittlungsbestimmungen gibt es nicht. Die Übertragung an die Hauptstelle für Befragungswesen ist nirgends vorgesehen. § 8 BND-Gesetz geht auch nicht, weil die Übermittlung an die Hauptstelle für Befragungswesen als Übermittlung an eine eigenständige Behörde gilt. Frau K., Sie sind ja jetzt nun zum 2. Mal hier zu Gast. Wie haben Sie sich denn auf Ihre 2. Sitzung vorbereitet? Ich habe das Stenogramm der 1. Sitzung gelesen. Haben Sie eventuell mit jemandem gesprochen? In 1. Linie habe ich überlegt. Also Frau K., haben Sie mit jemandem gesprochen? Man spricht ja immer mit irgendjemandem. Frau K., mit wem? Wir haben im Allgemeinen gesprochen. Ja, mit wem haben Sie denn allgemein gesprochen? Mit ehemaligen Kollegen. Sind die Kollegen heute noch im BND aktiv? Ja. Sind Sie auf Sie zugegangen? Wir haben private Gespräche geführt. Haben die Kollegen vielleicht das Live-Blog von Netzpolitik.org gelesen und sich gefragt, Frau K., was ist denn mit dir los? Ja, wir sind über Netzpolitik.org ins Gespräch gekommen. Da sieht man mal wieder phänomenal. Die Seite führt Menschen zusammen. Ich bitte für heute, die Vernehmung zu unterbrechen. Frau K., das hier ist kein Wunschkonzert. Aber gut, wir brauchen eine Beratungssitzung. Also Frau K., wenn Sie nicht mehr können, ist das schon okay? Ich kann nicht mehr. Ja, Frau K., Sie können leider davon ausgehen, dass Sie noch mal geladen werden. Süddeutsche Zeitung, 3. Oktober 2013. Das große Ohr des BND. Es ist eines der geheimnisvollsten Bauwerke Bayerns. Mit einer riesigen Antenne lauscht der Bundesnachrichtendienst in Gablingen, angeblich bis nach Afghanistan. Findet auch ein Austausch mit der amerikanischen NSA statt? Eine schwierige Spurensuche. Herr A.N., Sie leiten die BND-Außenstelle Gablingen. Welche Arten von Verkehren werden in Gablingen erfasst? Kurzwellenverkehre. Der Rest ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Meiner Meinung nach ist das eingestuft. Kann Untersuchungsgegenstand hinnehmen? Jetzt hat es überhaupt nicht gesagt. Die haben genau das Richtige gefragt. Kurzwellenerfassung gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand. Also ist Kurzwelle das, was Sie in Gablingen machen? Ja. Geht es da um Einzelerfassung oder machen Sie das in großem Umfang? Das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Was wäre denn Untersuchungsgegenstand, Herr A.N.? Wenn mir Herr Wolf von der Bundesregierung sagt, dass es Untersuchungsgegenstand ist. Nee, 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 so ist das hier nicht, Herr A.N. Ich will mich aber an meine Aussagegenehmigung halten. Herr A.N., sind die Signale, die Sie in Gablingen auf Kurzwelle erfassen, militärischen oder zivilen Ursprungs? Das sage ich nur nicht öffentlich. Aber das kann doch jetzt kein Staatsgeheimnis sein. Da steht ja auf der Wikipedia, wozu Kurzwelle da ist. Wenn Sie mir jetzt sagen, das ist militärisch oder zivil, dann wird das die Sicherheit von Deutschland sicher nicht beeinträchtigen. Nur weil etwas auf Wikipedia steht, ist das noch lange kein Grund, etwas zu bestätigen oder zu dementieren. Also ich frage Sie ganz allgemein in Ihrer Rolle als Techniker. Welche Arten von Erfassung außer Kurzwelle gibt es noch? Das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Darauf muss ich nicht antworten. Ich formuliere mal um. Wissen Sie, ob es in Gablingen andere Erfassungsarten gibt? Das ist kein Untersuchungsgegenstand. Aber wir haben dazu etwas, also Informationen in den Akten. Wie viele Daten werden denn in Gablingen erfasst? Das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Und ich stelle einen Antrag auf eine Pause zur Erholung. Dann gebe ich Ihnen fünf Minuten. Aber Herr Vorsitzender, in der Zeit schaffen wir es doch überhaupt nicht, in die Kantine zu gehen. Und das ist auch gut so. Wir bringen Ihnen doch alles, was Sie brauchen. Aber Herr Vorsitzender, es ist spät und wir sind vollkommen unterzuckert. Dann gehe ich Ihnen jetzt mal was Zuckeriges kaufen. So, Herr N. War die Abhöranlage Gablingen vormals eine US-Einrichtung? Das war jetzt auch nicht so die schwere Frage, Herr N. Die Frage ist zwar nicht schwer zu beantworten, aber sie liegt außerhalb des Untersuchungszeitraums. Herr N., Gabling wurde ehemals durch die US-Armee betrieben, bevor es zur Übergabe an den BND kam. Das liegt vor dem Untersuchungszeitraum. Denn bei sowas lässt man doch gerne mal einen Fuß in der Tür. Man geht ja nicht ganz weg. Sind in Gabling noch US-Amerikaner oder kommen welche zu Besuch oder treten getarnt auf? Die Frage ist sehr allgemein gehalten. Was hat das mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun? Sehr viel, Herr N. Wir untersuchen hier die Kooperation des BNDs mit den Geheimdiensten der Five Eyes-Staaten. Egal wie die sich tarnen. Also kommen in Gabling Angehörige der Five Eyes zu Besuch? Wenn ich den Untersuchungsgegenstand richtig verstanden habe, betrifft das Datenhaltung auf Vorrat. Das kann aber überhaupt nicht sein, was er sich auslöst kann. Was? Also ich kann dem auch nicht folgen. Also liebe Ausschussmitglieder, ich bitte darum, dass Sie den Zeugen mit Respekt behandeln. Ich bitte bei der Gelegenheit auch den Zeugen, den Ausschuss mit Respekt zu behandeln. Moment, Moment. Wir müssen unbedingt die Sitzung unterbrechen. Der Klarname des Zeugen wurde gerade eben auf Twitter veröffentlicht. Das ist eine Schande und zwar von einer Mitarbeiterin der Linksfraktion. Herr Eisenberg, der Klarname des Zeugen stand in der Süddeutschen Zeitung 2013. Sagen Sie, Herr N., sind Ihnen Iconal oder Glo bekannt? Nur aus Presseberichten. Waren Gablingen in die beiden Operationen eingebunden? Haben Sie da mal nachgefragt? Nein, wieso sollte ich nachfragen? Ich war nicht besonders interessiert. Ich lese nur stichprobenartig diesen Internet-Blog. Ich beantrage eine Pause. Drei Minuten. Zehn Minuten. Dann fünf. Nein, zehn Minuten. Ich habe einen Attest. Fünf. Ja, also es sind jetzt sechs Minuten rum. Ich würde eigentlich, ich würde gerne wieder anfangen. Wo ist der Zeuge? Kann das Bundeskanzleramt bitte dabei helfen, den Zeugen wiederzuholen? Der Ausschusssekretär schickt gerade die Saalpolizei, um den Zeugen zurückzuholen. Das ist kein Scherz hier. Ja, naja, da sind Sie ja wieder. Machen wir also weiter. Finden bei Ihnen in Gablingen auch Übersetzungsleistungen statt? Ja. Machen Sie das oder die Auswertung? Teilweise läuft das bei uns. Aber, naja, eigentlich muss ich das gar nicht ausführen, weil es nichts im Untersuchungsgegenstand gehört. Sagen Sie, Herr N., meinen Sie eigentlich, dass hier ist eine Spaßveranstaltung? Nein, ich bin nur ausgesprochen ungern hier. Ja, das Gefühl habe ich allerdings auch. Aber es hilft ja nichts. Warum gehört Kurzwelle nicht zum Untersuchungsausschuss? Ich glaube, ich bin in der falschen Sitzung. Ich helfe Ihnen mal. Wir befinden uns im Bundestag. Frau Löberhaus in einer Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses. Es ist Mittwoch. Sie sind der einzige Zeuge, der die ganze Zeit sagt, das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Ich will ja nett zu Ihnen sein. Jetzt sagen Sie mal, warum ist Kurzwelle nicht Untersuchungsgegenstand? Ich berate mich mal mit meinem Rechtsbeistand. Wie lange geht das wirklich noch? Das ist überhaupt nicht Untersuchungsgegenstand. Ich bin der Meinung, ich muss das nicht erklären. Aber um den Ausschuss gnädig zu stimmen. Bei Kurzwellerfassung in Gablingen wird mit keinem Dienst der Five Eyes zusammengearbeitet. Daher gibt es keinen Bezug zum Untersuchungsgegenstand. Herr N., Sie waren ja schon mal vor einigen Sitzungen hier. Haben Sie eigentlich Rückmeldung vom BND bekommen nach Ihrem letzten Auftritt? Lassen Sie mich raten, das ist nicht Untersuchungsgegenstand? Genau. Ja, wusste ich doch. Ja, wusste ich doch. Die Zeit. 14. November 2014. Der Bundesnachrichtendienst ist an Recht und Gesetz gebunden. Doch an welche Version? Der Bundesnachrichtendienst, so scheint es, entscheidet selbst, wann er sich an welche Gesetze hält und wenn er dazu keine Lust hat. Aus Sicht der BND ist das sicher praktisch. Aus Sicht aller anderen Menschen wäre das allerdings ein Problem. Denn laut Gesetz steht niemand über dem Gesetz. Und wenn es doch jemand tut, dann kann man sich das ganze bedruckte Papier eigentlich sparen. Der BND ist der Ansicht, dass deutsche Gesetze, wie beispielsweise das Grundgesetz, für ihn dann nur gelten, solange seine Beamten mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Mein Name ist H.F. Punkt. Ich bin Volljuristin und seit neun Jahren beim BND. Seit zweieinhalb Jahren bin ich behördliche Datenschutzbeauftragte. Ich bin dem Präsidenten direkt unterstellt und weisungsfrei. Ich mache regelmäßige Datenschutzkontrollen in unterschiedlichen Bereichen. Das Thema Datenschutz ist im BND nicht in allen Bereichen in erforderlichem Maße präsent. Ich bin technisch nicht vorgebildet. Ich lasse mir Datenbanken vorführen und Berichte anfertigen. Ich bin keine Informatikerin, aber ich habe eine Technikerin im Team. Technische Aussagen muss ich glauben. Ich kann sie nicht überprüfen. Der BND-Präsident hat entschieden, dass es bei der Datenerhebung in Bad Aiblingen nicht um Erhebung im Rahmen des BND-Gesetzes handelt. Sie ist ausschließlich ausländisch. Es findet keine Datenerhebung im Inland statt. Daher auch kein BND-Gesetz. In Bad Aiblingen werden ausländische Satelliten abgehört. Zum Beispiel mit Verkehren aus Afghanistan und Pakistan. Daher also Ausland. Das BND-Gesetz findet da keine Anwendung. Ich habe eine andere Rechtsauffassung, aber ich habe nur eine Beratungsfunktion. Die Leitung muss mir nicht folgen. Aha, und wo findet denn Ihrer Meinung nach die Datenerhebung bei Satelliten statt? Nach meiner Rechtsauffassung ist das in Bad Aiblingen und daher im Geltungsbereich des BND-Gesetzes. Das sieht die Leitung aber nicht so. Wo ist denn konkret der juristische Dissens? Die Frage ist, ist die Datenerhebung in Bad Aiblingen im Geltungsbereich des BND-Gesetzes? Ja, und wie ist da die herrschende Meinung bei den Fachpersonen? Beim BND ist die herrschende Meinung, dass die Erhebung im Ausland stattfindet. Da bin ich überstimmt worden. Also es existiert ja nun mal eine Rechtsgrundlage. Warum bleibt die Gegenseite so stur? Da müssen Sie den BND-Präsidenten fragen. Es geht ja hier nicht um Ober schlägt unter. Sie sind die Datenschutzbeauftragte. Wenn eine Rechtsauslegung Sie nicht überzeugen kann, warum beharrte Herr Präsident auf diese Auffassung? Das ist eine Grundsatzentscheidung. Ansonsten würde es ja strengere Regeln geben. Fragen Sie Herrn Schindler. Sehr geehrter Herr BND-Präsident Schindler, Sie sind ja Verfechter der Weltraumtheorie, der zufolge die Satellitenerfassung in Bad Aiblingen außerhalb des deutschen Datenschutzrechts gilt. Das ist also ein rechtsfreier Raum. Die BND-Datenschutzbeauftragte hat massive Bedenken angemerkt. Das Bundeskanzleramt auch. Der BND hielt aber trotzdem an der Weltraumtheorie fest. Halten Sie auch weiterhin an dieser Rechtsauffassung fest? Eigentlich hätte ich mir die Frage gar nicht stellen müssen. Das wurde mir bei Dienstantritt so erklärt. Das wird ja wohl irgendjemand geprüft haben. Ich habe diese gelebte Rechtsauffassung im BND so vorgefunden. Wir nennen das auch nicht Weltraumtheorie. Ja, Herr Präsident Schindler, wir schon. Wir finden, das ist ganz bildhaft. In § 1 Absatz 2 BND-Gesetz steht, werden im Geltungsbereich dieses Gesetzes Informationen einschließlich personenbezogener Daten erhoben, so richtet sich ihre Erhebung, Verarbeitung und Nutzung nach den § 2 bis 6 und 8 bis 11 des BND-Gesetzes. Ich finde, die Erhebung erfolgt nicht im Geltungsbereich. Ich stehe da im BND nicht allein. Es gibt gute Gründe, das so zu sehen. Mir scheint der § 1 Absatz 2 BND-Gesetz muss anscheinend für alles herhalten. Das ist aber keine omnipotente Norm, sondern ein Notnagel mangels anderer Regelungen. 2002 gab es kein Google, Twitter oder soziale Netzwerke. Kann man heute an dieser Praxis festhalten und vor allem mit der laut gewordenen Kritik? Die gelebte Rechtspraxis, die ich vorgefunden habe, war 2012. Da war die Welt schon digital. Die massiven Bedenken aus meinem Haus, die fand ich ganz gut. Deswegen habe ich Frau Dr. F. ja auch zur Datenschutzbeauftragten ernannt. Ich war ihr sehr dankbar für ihre eigene Meinung. Aber ich habe mich trotzdem anders entschieden. Herr Schindler, es gibt ja auch die Theorie des virtuellen Auslands. Die besagt, dass das Abgreifen von Auslands-Auslandsverkehren am Internetknoten in Frankfurt auch Ausland sei. Man macht auch große Klimmzüge, dass Telefonnummern kein personenbezogenes Datum seien und deshalb das Bundesdatenschutzgesetz nicht gilt. Wir finden beim BND sehr viel Kreativität in der Rechtsauslegung, um die Befugnisse des BND massiv zu erweitern. Ich sage ja nicht, dass das alles rechtswidrig war. Aber muss man davon nicht weg und klare Grundlagen schaffen? Wenn man Datenschutzgesetze bei Metadaten anwenden würde, wäre das so eine große Behinderung für den BND? Der Zugriff in Frankfurt ist rechtlich anders als bei Satelliten in Bad Aibling. Das sollte man vernünftigerweise besser regeln. Im Inland gelten andere Rahmenbedingungen als im Ausland. Das sollte man besseren Regeln zuführen. G10-Anträge für Routineverkehre sollten auch besser geregelt werden. Ich teile auch Ihre Auffassung zu Metadaten. Da bewegen wir uns in einer rechtlichen Grauzone. Im Interesse einer Rechtsklarheit wäre eine eindeutige Regelung besser. Aber ich teile Ihre Auffassung zu Satelliten in Bad Aibling nicht. Die Erhebung ist im Ausland. Herr Burbaum, Sie sind bei der Fassung in Frankfurt zur G10-Kommission gegangen und haben G10-Beschränkungen bekommen und haben dann versucht, G10-Verkehre herauszufiltern und den Rest als Routineverkehr weiterzugeben. Ist das ein Trick? Na, das ist kein Trick. Das ist die Nutzung gesetzlicher Befugnisse mit erwünschten Nebeneffekten. Herr Adler, Sie leiten das Rechtsreferat beim BND. Sagen Sie, die Weltraumtheorie bildet die gelebte Praxis in Bad Aibling gut ab? Ist es üblich, das einer Theorie der Praxis anzupassen? Ja, das sollte so sein. Es macht einen Unterschied, ob ich Gesetze mache oder anwende. Also gab es eine spezielle Praxis in Bad Aibling, für die man extra eine Theorie brauchte? Nicht im naturwissenschaftlichen Sinn. Das ist ein normaler juristischer Subzunktionsprozess. Bad Aibling ist sehr speziell. Das Rechtsreferat musste prüfen, ob das den Vorschriften entspricht. Herr Adler, also erst war die Praxis, dann die Weltraumtheorie? Nein, erst war das Recht. Und dann die Praxis, dann die Weltraumtheorie? Ich habe gesagt, die Theorie bildet das ab, was passiert. Die rechtliche Bewertung muss den tatsächlichen Sachverhalt abbilden. Wie kommen wir jetzt zu dieser Bewertung? Ich dachte, die Schüsseln erfassen die Signale? Die Anlage als solche steht in Bad Aibling. Damit ist doch klar, dass die Daten in Bad Aibling erfasst werden. Oder ist Bad Aibling jetzt Weltall? Die Anlagen müssen technisch so konfiguriert sein, dass man das erfassen kann. Was am Satelliten passiert? Das ist sehr anspruchsvolle Technik. Die Anlage folgt dem, was passiert an der Signalquelle. Von dort muss der Weg zur Erdoberfläche zurückgelegt werden. Das liegt in der Natur der Sache. Herr Ader, ich habe Sie immer noch nicht ganz verstanden, warum die Erfassung am Satelliten sein soll. Das Nachführen des Erfassungskopfes hat auch nichts mit der Signalquelle zu tun. Ich finde das mit nicht total abwegig. Wir folgen dem, was im Weltraum stattfindet. Aber Herr Ader, wo entsteht denn jetzt mein Sonnenbrand? Auf der Sonne oder auf der Erde? Ach, wissen Sie, der Schwerpunkt in Bad Aibling besteht daraus, zu korrigieren, was auf dem Weg zum Satelliten an Störungen passiert. Ja, aber in Bad Aibling, ich sehe immer noch keinen Unterschied. Dann halten wir eben einen Dissens fest. Aber das Signal kommt von der Erde und hat immer einen terrestrischen Bezug. Und Verarbeitung und Erfassung finden in Deutschland statt. Das überzeugt mich nicht. Alles kommt von der Erde, außer Signale von Außerirdischen. Das kann doch keinen rechtlichen Unterschied machen. Aber ich will das Ganze nicht bestreiten. Die Weltraumtheorie hat keine mehrheitsfähige Aufpassung. Ja, Herr Heiß, man kommt mit der Weltraumtheorie an die Grenzen unseres Rechtssystems. Vielleicht sogar hat man sie etwas überschritten. Die Daten werden in Bad Aibling verarbeitet, Herr Heiß. Außerhalb des Geltungsbereichs des BND-Gesetzes gilt das auch für die Verarbeitung in Bad Aibling. Aber das hat weitreichendste Konsequenzen. Die Daten landen alle beim BND und der ist Recht und Gesetz unterworfen. Im Ausland gilt kein BND-Gesetz. Man kann sich über unterschiedliche Auslegungen streiten. Das hat kein System. Bei unterschiedlichen Auslegungen ist die, die für die größere Sicherheit unserer Soldaten im Ausland besser ist, die naheliegendere. Ja, Herr Schindler freut sich bestimmt über diese Auslegung. Herr Burbaum, Sie als ehemaliger GC-Jurist des BNDs. Als solchen frage ich Sie. Haben Menschen Grundrechte, die nicht deutsch sind und zufällig im Ausland sehen? Davon soll es ja ein paar geben. Der BND ist ja eine deutsche Behörde und unterliegt deutschen Gesetzen. Das Fernmeldegeheimnis gilt nicht immer. Also das Fernmeldegeheimnis gilt nicht für Ausländer. Ausländer genießen keinerlei Grundrechtsschutz. Das ist eine schwierige Frage. Unterliegen Sie Artikel 10? Das müsste man mal prüfen. Aber ich sehe da kein Hindernis. Also ein Franzose telefoniert mit einem Belgier in Belgien. Darf der BND das ohne jede Einschränkung abschnorscheln? Der BND darf das. Also Herr Fritsche, bisher ist uns die BND-Interpretation der folgenden Gesetzeslage bekannt. Erstens die Weltraumtheorie. Die Delitenerfassung in Bad Aibling geschieht im Weltraum, nicht in Deutschland. Zweitens das virtuelle Ausland. Die Kabelerfassung in Frankfurt ist virtuelles Ausland. Und drittens, Metadaten sind nicht personenbezogen. Damit entzieht sich der BND deutschem Recht. Ist das ein tragbarer Zustand, Herr Fritsche? Deswegen ist die Bundesregierung doch bestrebt, eine klarstellende Regelung zu finden. Glauben Sie, eine einfache Klarstellung reicht? Ja. Grundrechte gelten nicht im Weltall. Eine Lesung über den NSA-Untersuchungsausschuss von Anna Biselli, Felix Bezin, Silberf und Konstanze Kurz. Mit Bildern von Stella Schiffchick und Musik von Enoway, J1S und Benni Bohmstärk. Damit, damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der öffentliche Teil der heutigen Sitzung beendet. In 20 Minuten geht es mit der eingestufenen Sitzung im bekannten Raum weiter. Herzlichen Dank. Die Sitzung ist bis dahin unterbrochen. Vielen Dank an die Öffentlichkeit und diejenigen, die immer aus der Sitzung berichten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Hier liegt noch ein Dokument, auf dem streng vertraulich steht. Das muss ein früherer Zeuge hier liegen gelassen haben. Das muss ein früherer Zeuge hier liegen. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne nochmal die Möglichkeit nutzen und Anna danken wollen für die Arbeit, die sie in das Skript gesteckt hat. Vielen Dank. Vielen Dank.